Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, hallo liebe Prüfungskandidaten für die DSH-Prüfung an den deutschen Universitäten, an den Studienkollegs der Universitäten. Wir sind hier im DSH-Vorbereitungskurs und üben Textproduktion anhand einer Gliederung oder eines Strukturbaums zum Thema Placebo oder Placebo-Effekt, ein Rätsel der Medizin oder ein Rätsel in der Medizin, Seite 6. Wir kommen zum Schluss. Bitte formulieren Sie den vorgegebenen Wortschatz aus zu einer abschließenden Bemerkung. Ich empfehle Ihnen vom Fabuda Verlag das Buch DSH und Vorbereitung auf den Seiten 128 zum Leseverstehen und Seite 125 zum Hörverstehen und Seite 127 zum Leseverstehen, die dort vorhandenen Texte. Da können Sie nachlesen und sich weiter und tiefer eingehender mit der Materie beschäftigen. Für Ihre Prüfung viel Erfolg, auch Glück, das wünschen wir Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Thema. Wir sind jetzt fertig mit dieser Folie. Tschüss.